Im Herzen der Stadt Osnabrück am Salzmarkt erwartet Sie in der Zahnarztpraxis Dr. Michael und Dr. Tanja Gaussmann moderne Zahnheilkunde in angenehmer und entspannter Atmosphäre. Über bewährte zahnärztliche Leistung hinaus bieten wir Ihnen innovative Therapiemöglichkeiten und ein hochwertiges Behandlungsspektrum in den Bereichen Prophylaxe, Parodontologie, Implantologie, Zahnersatz und ästhetische Zahnheilkunde. Vollkeramische Zahnrestaurationen werden mittels Computertechnologie passgenau und qualitativ hochwertig gefertigt und durch unsere erfahrene Zahntechnikerin individualisiert. Ein junges Team mit Engagement und Begeisterung erwartet Sie.